Mann, Leute! Ich bin der Beste! So shit, Leute. Naja, ich kann den Controller halt nicht hochhalten, weil der mit dem USB verbunden ist. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Ich halte den Controller so ungefähr. Also so halte ich den. Und so. Und wenn ich irritiere, also das ist jetzt ein Beispiel. Ich hab hier hinten einen Pedal. Den irritiere ich. Wenn ich irritiere. Ich kann das jetzt mal ein Beispiel zeigen. Ich weiß jetzt grad nicht, ob man das sehen kann. Das ist absolut Krippel. Aber ich kann meine Hand grad nicht biegen. Das tut grad so weh. Guck mal. Ich kann das nicht blab. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich kann das nicht sein. Dann da. Guck mal. Play. Ich weiß gar nicht. Das ist das Geld. Ich weiß gar nicht. Du, wirst. Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Ich bin der Beste! Ja, Mann! Hast du gewonnen? Ja! Let's go, let's see, Digga! Ich hab JEDEN getrappt! Maicho, see ya later! Was? Komm gleich! Erst mal ein bisschen rumflexen in der Familie Wie ein flex Wenn er sich jetzt nicht einen 240-Hertz-Monitor holt, ne? Digga Geil, Mann, ich feier das so Let's go Digga, ich liebe so eine Familie, Digga Digga Kann er sich überklippen, bitte? Digga, die Schauts Digga, ich hab Kamu getötet! War das Kamu? Ja! Bist du sicher? Ja, das war Kamu! Ja! Ja! So mein Süßer Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga, Stompy, get fucked! Oh mein Gott! See ya later, mate! Mongrel! Haha! Ah! Mongrel, Mongrel, Mongrel! How you doing, baby? I'm sorry, Mongrel, but I need to do that I'm sorry, Mongrel, but I need to do that I'm sorry, Mongrel, but I need to do that Hi, Chris, Digga Ey, er hat wieder sechs Gasnades, Digga! Ich hab so kein Bock mehr auf das Spiel! Es ist doch Bullshit, Mann! Es ist so der größte Rotster-Spiel, Mann! Wie kann man denn wieder sechs Gasnades haben, Digga? Er hat wieder alles, Mann! Ok, Mensch, Digga! Meine Fresse, Mann! Ze... das ist doch a... ah ja ja mädchen aah mädchen so easy mädchen man easy clubs easy clubs ach dinge oh mein gott nein oh ok muss los digga nein was machen die denn man was soll das ach ich hätte so einen anfall bekommen bei solchen men den 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 Disgusting Oh, fuck, I'm dead to kill me. Ah, ich bin tot. Der Typ hat Attack bekommen. Scheiß drauf. There is one man. That has one goal. And that is making it to World Cup New York. This can only happen if you guys used TL in the Fortnite item shop and used Twitch Prime. Okay, that's it. Easy clap, bro. ... ... ... Er tötet uns beide, Mann! Digga, derselbe, Alter! Was ist los mit dir? Digga, Pablo gleitet immer noch in der Luft, Juck, die Gart. Ey, wie... Ich könnte die Typen so wegbannen eigentlich jetzt. Wieso pumpt er sich weg, Alter? Was war sein Plan, Digga? Warum guckst du zu, Lecky? Ja, Pablo, Alter. Ey, Mann, Digga. Die Map ist noch schlechter als schlecht. Shit, Digga, es war gut gespielt. Aber hi, ey, ich hab grad voll gejokt. Egal, egal, es war... ... das war's, Digga. Nice, nice, Scully, yeah, let's get... Yeah, Mann! Na, na, na. Yeah, yeah, come on, Scully, schau mir! You're literally a retard. Hi, Chris, Digga. Ey, er hat wieder sechs Gasnades, Digga! Ich hab so kein Bock auf das Spiel! Es ist doch Bullshit, Mann! Es ist so der größte Rotz, das Spiel, Mann! Wie kann man denn wieder sechs Gasnades haben, Digga? Er hat wieder alles, Mann! Erre! Erre! Erre!